Hi, ich bin Tobia Schulte und ich unterrichte Schlagzeuge und Percussion an der Drum School in Kassel. Mein Spezialgebiet ist neben Pop und Rock die lateinamerikanische und afrokubanische Musik. Und besonders der Jazz. Ich liebe das Arbeiten in Big Bands und im Trio. Ich habe an der Los Angeles Music Academy unter anderem bei Ralph Humphrey, Joe Porcaro, Mike Shapiro oder Tony Insalaco studiert. Dort habe ich eine Menge gelernt und das möchte ich gerne weitergeben. Neben Fernsehproduktion spiele ich internationale Konzerte mit Edgar Knecht und Jean-Louis Martinier und komme manchmal in den Genuss mit Nils Landgren, Nene Vasquez, Stefan Emig, David Friedman oder Hamid Baroudi zu spielen. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann melde dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020